Frauen flippen aus. Und ich frag mich an, was es liegt. Also die Sprache an sich kann es nicht sein. Beibei die Franzosen funktioniert es ja genauso. Ein Franzosen muss sich auch nur hinstellen. Der stellt sich hin, dieses... Oh, Mama. Da ist es jetzt schon. Oh, Mama. Schöne Patekikeriki. Und Frauen sind begeistert. Und da kann auch so Italiener oder so Franzosen auch, schau. Wie Selleriewurzeln nach dem vierten Nachtfrost. Egal. Frauen flippen aus. Und ich frag mich an, was es liegt. Also die Sprache kann es nicht sein. Ich glaub ja, das ist bei den Frauen irgendwie der Traum von einem Abenteuer in einem fremden Land. Best auch bei uns. Bad Kissingen. Bei uns in Bad Kissingen hat ein Zahnarzt aufgemacht aus Indien. Ja, sämtliche Frauen mussten jetzt zu diesem indischen Zahnarzt. Bis sie gemerkt haben, war er Afghane. Aber ich glaub, das ist bei den Frauen irgendwie der Traum von einem sexuellen Abenteuer in einem fremden Land. Wissen Sie, sind die Frauen verliebt? Dann kommt's zum Äußersten. Da entstehen Kinder. Die kriegen dann auch so fremdländisch klingende Namen wie Suri, Naomi, Jean-Paul.